So Freunde, heute der erste Sunday-Vlog und wir werden hier abgeholt mit Abholservice. Ich darf da sitzen. Guten Morgen, Inge! Hey, wo ist deine E-Gitarre? Today without electric. Guck mal, die haben sich ja auch nicht vorbereitet. Nee, die üben doch gerade. Die üben gerade noch. Dieses typische Drama-Ding. 18 Grad reicht, oder? Ich hoffe, die geht wieder. Holst du Kaffee? Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, Pau, kannst du mal deine Gitarre kurz spielen? Hast du irgendwas an IQ-Settings bei dir? Bei der Gitarre? Okay, lass mal alles auf, ne? Spiel mal weiter. Spiel mal weiter. Okay, dann Marie einmal ihre Gitarre. Okay, pass. Guten Morgen, Alter. Ich hab hier schon Stress. Sorry, was ist los? Ich mach hier einen Vlog. Was ist passiert? Haben wir das erste Problem? Oh nein, Junge. Läuft in eins. Wenn du bei dir sagst, Jesus mein Heil und alles. Hey! Ist das wieder so eine Vlog? Ich mach diese Vlog. Wie so Vlog. Aber diese Fokus sitzt da nicht. Jetzt sitzt da dieser Fokus. So, wir machen während der Probe, machen wir einfach immer so ein Recording für das Livestream-Ding. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Dann merken wir uns praktisch die Gains von den Lead Vocals und ändern die einfach von Song zu Song. Das heißt, wir haben keinen, der hier eigentlich extra am Platz sitzt, sondern ändern einfach nur die Lead Vocals. Also ganz easy. Hallo, guten Morgen! Das musst du locker drehen wieder. Was ist das? Das musst du wieder locker drehen an den Dingern. Ja? 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 Wir machen das kurz. Dass das nicht mehr so schwer ist. Ich hab schon gewonnen. Ja! Gewonnen! Ja! Du bist zeitig! Wenn die Probe vorbei ist, dann hören wir nochmal in das Recording rein, machen nochmal die letzten Änderungen. Wir haben hier das ganze Ding immer so schnipselweise recorded während der Probe und dann checken wir das nochmal aus und dann während des Gottesdienstes ändern wir eigentlich nur die Liedvocals. Der Rest läuft dann einfach so, hoffentlich. Bestärke uns darin, lass niemanden nach Hause gehen ohne eine Berührung von dir erfahren zu haben. Ich bitte dich in Jesu Namen und danken dir jetzt schon im Voraus für dein Wirken und für dein Gelingen, Jesus. Ich habe ja schon geschrieben, das Problem mit dem Parkplatz wird immer schlechter, wieder schlimmer. Den Rasen neu gesät und so, da dürfen wir auf keinen Fall drauf, da gibt es richtig Ärger. Das heißt, liebe Mitarbeiter, umso weiter, umso besser zu fahren. Das ist das beste Team, habe ich gehört. Live-Stream-Team. Warte mal, worship, 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 worship. Der gehört auch dazu. Alter, was ist das für ein riesen Kriech? Der ungebetene Gast. Wie ihr seht hier, also erstmal ist das hier die Übersetzungskabine und da haben wir jetzt so ein Behringer MA400, damit ihr auch mal die Lautstärke regeln könnt. Davor hatten die einfach nur das Ding. Und es hat übelst übersteuert und da eine Katastrophe eigentlich. Hallo, moin. Guten Tag. Wir, wir helfen dir jetzt. Wir machen das jetzt richtig. Super, ey. Was ich nicht verstehe, dass die Leute hier einfach dieses gemütliche Licht nicht anschalten. Ich verstehe es nicht. Bruder, es kommt doch auf die Gemütlichkeit. Es muss gemütlich sein. Bruder, das ist einfach nur ein Spiegel. Sehst du das? Das ist einfach nur ein Spiegel, weil es gibt bei einer Sony A7 Mark III kein Klapp-Display. Also ich kann mich sonst nicht sehen. Und es ist einfach nur Trick 17. Aber es ist nicht alles spiegelverkehrt so? Nein, es ist perfekt. Genau, hier unser Schnittplatz mit einem Stream Deck wird hier geschaltet. Wir haben hier einmal Preview und der da drüber ist dann live. Kann ich jetzt nicht schalten. 10.22 Uhr, 10.30 Uhr. 10.30 Uhr gehen wir live. Okay, worauf ich ja ganz stolz bin, ist hier unsere Ladestation. Richtig nice. Und hier haben wir halt die ganzen Ladestationen. Und dann einfach mit so 3M Kleber drangeballert. Hier kann man das Ganze an- oder ausschalten. Du machst Regie heute? Nein, ich mach nur Kaffee trinken. Nur Kaffee trinken? Wo ist eigentlich mein Kaffee? Mein Kaffee ist schon wieder weg. Sind wir schon live? Ist auch eine Maschine. Sind wir schon live? Wir sind live. Wir sind live, sehr gut. Wir geben unser Bestes. Dann schauen wir mal was wird. Aber ich sage dir, vom Fokus bin ich enttäuscht. Muss ich sagen. Also, das geht besser, Bruder. Das geht besser. Langsam füllt sich der Raum. Bruder, bist du glücklich? Immer. Gott sei Dank. Geht's dir gut? Ja, guck mal, ich bin hier am vloggen. Ich schneid dich jetzt mit rein. Seid ihr bereit, Freunde? Ja, okay. Let's go. 10.30 Uhr. Und jetzt starten wir den Counter. Schön war's. Sehr gut. Und die reden über mich, ja? Ja, die sind. Genau. Dann wird's ein schöner Gottesdienst. Die Probe war schon echt cool. Und dann geht's gleich ab. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Wir haben jetzt noch eine Minute bis zum Start. Was wir dann immer machen, ist hier im Saal so ein bisschen dunkler. So, dann geht der Fokus nämlich mehr nach vorne. Hey, hey. Schön, dass du heute hier bist. Einen wunderschönen guten Morgen hier bei Christusgemeinde. Schön, dass ihr da seid. Marie, deine A-Gitarre ist aus. Die hat es. Ja, die hat die gestärkt. Und sie hat die gestärkt. Majestät, ich will immer mehr, ich will immer mehr, ich will immer mehr von dir. Mein einziger Wunsch, die Sehnsucht in mir, ich will immer mehr von dir. Ich liebe dich, ich liebe dich. Du hast es gut gemacht, ey. Ja, wir hatten ein, zwei Dinger. Die A-Gitarre hatte einen Wackler, die Bassgitarre hatte kurz einen Wackler. Aber sonst lief eigentlich alles relativ stabil, oder? Ja. Nice, hat Spaß gemacht. Und jetzt geben die Leute hier Gas mit Kaffee und keine Ahnung, ob der hier packt mit dem Fokus. Irgendwie nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht dieses Mal mit dem Fokus. Guck mal, hier ist man direkt fleißig. Genau, das nehme ich so, dass wir während der Predigt schon die ersten Bilder bearbeiten und dann nach dem Gottesdienst auch nochmal. So die Fotos für danach, ne? Genau, so die Gemeinschaft und so, ne? Genau, da kommt dann praktisch nach dem Gottesdienst so ein bisschen Kaffee trinken. Dann macht man davon noch ein paar Bilder von der Gemeinschaft. Und dann muss man nur noch ein paar Bilder bearbeiten und ist relativ zügig durch mit dem Thema. Der Gottesdienst ist vorbei, hat richtig Spaß gemacht. Ich mache ja normalerweise nicht Technik, aber ich habe ein paar Sachen ausprobiert und deswegen mich mal eingetragen für die Technik. Das, was ich noch immer mache, ist mir eben die Fotos airdroppen und dann poste ich die am nächsten Tag immer und benutze Fotos für die Thumbnails bei YouTube. Das machen wir jetzt. Also richtig cool, dass du bis hierhin geschaut hast. Wenn du weitere solche Videos nicht verpassen willst, dann abonnier gerne meinen Kanal. Lass mich in den Kommentaren wissen, was du vielleicht für Fragen hast. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.